Hier ist er flach. Das ist ganz gut, dass wir auf Periskop-Tiefe sind. Hier ist es wirklich ziemlich flach. Alarm! Auf Gefechtsstation! Oh, 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 oh. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Watt, 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 watt. Wo denn? Wo ist denn hier was? Alarm auf Gefechtsstation? Ah, Flugzeuge entdeckt. Wir haben Flugzeuge entdeckt. Wo sind die denn hier? Ach, da rechts. Haben die uns jetzt gesehen? Nee, ne? Die haben uns doch gar nicht gesehen. Da ist ganz gut, dass wir nur unser Periskop gerade zeigen. Forschung abgeschlossen. Besuche den Hafen, wenn du dein U-Boot neu ausstatten willst. Können wir mal kurz gucken. Gehen wir noch mal kurz auf das Headquarter. Haben wir jetzt nämlich das erste... Ah, können wir jetzt gerade nicht. Aber das erste ist jetzt schon mal abgeschlossen. Forschung können wir nachher noch. Schauen wir erst mal vor. Da können wir wirklich froh sein, dass wir jetzt auch Periskop-Tiefe sind. Oh, hier. Sauerstoff. Aber 50% muss erst mal reichen. So weit ist es ja nicht mehr, ne? Drei Kilometer. Oder? Oh, ne. Ich glaube, wir müssen Sauerstoff nochmal schnell machen. Oh, schnell. Er spielt Karten, alles klar. Ja. So, Ventilation. Ah, ist relativ flach hier an der Küsse. Sauerstoff wieder aufgefüllt. Hier haben wir noch genügend Zeit. Jetzt müsste eigentlich langsam da sein, oder? Zwei Kilometer, ne? Ah, die Folge wird wohl ein bisschen länger. Oder wir machen die in zwei Teile. Das können wir auch machen. Oder zwei Teile machen. Ich wollte mit euch schon gerne die Mission abschließen. Und halt das Meteorx einbauen. Ich tauche jetzt auf jeden Fall hier nicht auf. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Gut. Also, Luft ist wieder vollständig. Da können wir hier ... ... die Ventilation wieder abschalten. Jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger. Jetzt sind wir gleich da, wird jetzt noch mal spannend hier, dann sollten wir auf jeden Jahrzehnt. Dann müssen wir jetzt den Schnorchel machen, den erforschen, dann müssen wir halt einen zweiten Ingenieur einstellen. Ob der eigentlich jetzt fast da wird. Einen Kilometer noch. Oh, 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 oh. So, wir sollen jetzt das Gebiet verlassen und Bericht ans Oberkommando schicken. Gebiet verlassen. Das war es jetzt schon. Oh, Mission abgeschlossen. Bericht senden. Höre den Funk nach neuen Befehlen ab. So, dann drehen wir jetzt um. Drehen wir jetzt um. Drehen jetzt hier ab. Dann machen wir nochmal neu hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. Das ist jetzt halt echt nachher nochmal auftauchen. Ich hoffe, der kriegt das jetzt gedreht, das Boot. Ist mir schwierig. So. Wir haben Jürgen Hoffmann zum Strand bei den angebenden, wir können auch rückwärts fahren. Lachsamer. Bei den angebenden Koordinaten gebracht. Unser Spion Jürgen Hoffmann hat uns mitgeteilt, dass sein Ziel den Cardiff doch schwer bewacht wird. Seine Mission hat bei uns höchst produziert und muss um jeden Preis unterstützt. Der Befehl lautet etwas in der Nähe des Hafens vorzubereiten, um die Hafenwache abzulenken. Okay. Okay. Jetzt schauen wir mal. In der Nähe des Hafens müssen wir hier nach Cardiff wieder zurück. Dann sollen wir hier an der Nähe des Hafens Gibt Dich nach Cardiff Docks. Dann müssen wir hier mal schauen. Wie weit ist das hier weg? Drei Kilometer. Jetzt fahren wir erstmal rückwärts raus. Dann müssen wir langsam drehen. Dann können wir uns auch hier geradeaus rückwärts fahren. Legen Sie den Kurs an! Wir müssen auf jeden Fall jetzt so langsam mal auftauchen wieder. Sonst wird das hier schwierig. Auf jeden Fall einmal kurz auftauchen. Weiß nicht ob das reicht. Genau. Dieselmotor umschalten. Der Deck überspürt reicht nicht. Wir müssen komplett auftauchen. Tanks anblasen! Wechseln auf Dieselmotor. Jetzt müssen wir hier noch einmal den Kompressor anmachen. So. Das Akku lädt wieder auf. Oh Gott, was hat er da gemacht? Kontakt, Kontakt, Kontakt. Schornsteinrauch entdeckt. So, ich würde sagen, wir müssen wieder runter tauchen. Kontakt, Kontakt, Kontakt. Uiuiuiuiuiuiui. Ich glaube wir müssen abtauchen. Noch ein Schornsteinrauch. Ja der muss das Akku noch ein bisschen nähhhhh. Eigentlich müsste er noch ein bisschen das Akku aufladen. Ja ist natürlich schwierig ne? Versuch mal, Deck überspült. Das reicht. Deck überspült sollte ja reichen für den Dieselmotor. Komm, tauch ab. Alarm! Auf Gefechtsstation! Oh oh. So, da ist ein Boot. Was ist das denn? Ein Schnellboot. Uiuiuiui. Der ist wirklich schnell. Und hier ist Schornsteinrauch. Dann gehen wir runter auf Periskopte. Auf Seerohr-Tiefe gehen. Boah, der kommt ja mal schneller zu uns. Wechseln auf E-Motor. Wechseln auf E-Motor. Jetzt haben wir natürlich... Ein bisschen Zeit haben wir. Schnellboot. Oh 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 oh. Boah, jetzt haben wir schon fast am... Alter, wir sind doch schon am Grund. Oh Gott. Da hinten kommt das Schnellboot. Da kommt das Schnellboot. Kapitän. Der Periskop-Tiefe sollte ja eigentlich reichen. Schornsteinrauch. Ah, da können wir noch nichts machen. Periskop einfahren. Ich glaube, die sind weg, ne? Das ist die Defense Patrol. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Legen Sie den Kurs an. Herr Kalloy? Bestätigt. Da kommt wieder das Schnellboot. Kommt immer dichter. Uiuiui. Jetzt hätten wir... ...und dann das Maus. Das hätten wir ja auch. Können wir den hier nicht anvisieren? Ne. Na, da kommt immer dichter jetzt. Aber da kommt immer dichter. Lol. Jetzt fährt er an uns vorbei. Ah! Fährt er an uns vorbei. Ah! Haben die Wasserbomben dran? Oh, ich hoffe nicht. Oh, bitte nicht. Oh, doch. Die sind da. Da, jetzt schießen sie. Was schießen... Ja, wir müssen da auftauchen. Sonst können wir da nichts machen, ne? Ja, worauf schießen die denn? Ja, die schießen auf uns. Wir müssen jetzt auftauchen. Da hilft nichts. Wir müssen... Wir müssen die ja jetzt... Weil wir irgendwie... ...anvisieren kann ich jetzt gerade nicht. Ich kann die gerade nicht anvisieren. Ja, wir müssen auftauchen, oder? Weil runter... Untertauchen können wir jetzt auch nicht. Weil das hier ganz flach... ...dann geben wir mal ein paar Meter Tiefe. Wasserbomben. 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 Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Doch, Wasserbomben jetzt. Wir tauchen jetzt auf. Komm, wir tauchen jetzt auf. Schalten auf Dieselmotor um. Das bringt ja nichts. Dann müssen wir das mal reparieren, ja? Was sind die für Arzt? Loch... Loch im Steuerbord. Herr Kalor. Ja, die sind schon am reparieren. Sehr wohl, Herr Kalor. So, jetzt müssen wir mit ihm hier erstmal ans Geschütz. Wechseln auf Dieselmotor. Steht da? Auftrieb ist so krank. Dann müssen wir ans Geschütz. So, da geht schon ans Geschütz. Geh ans Geschütz. Oh Gott. Können wir hier haben? Wir Auftrieb? Oh Gott, was macht der denn da? Lol. Was ist das? Wie kommen wir denn? Auftrieb ist noch zu gering. Geh ans Geschütz. Oh, Flugzeuge auch. Funke fehlt. Oh, unser Funke ist gestorben, oder ist das? Stromausfall. Stromausfall. Nein. Das gibt's doch nicht. Komm, mach das Schiff weg. Junge. Wieso kann ich denn hier nichts anvisieren? Feuer auf Schiffe. Okay, der macht das manuell jetzt hier gleich. Das gibt's doch nicht. Ich mach den Blatt hier. Wo ist er denn? Oben ist das Flugzeug. Wo ist denn das Schiff? Feuer am Deck. Erledigt. Oh, wir können hier nicht runterziehen. Wir können nur hoch. Ja, das ist blöd mit dem Ding. Ich kann gar nicht mehr schießen. Wir müssen nachladen. Boah. Wir müssen hier an das fette MG. Aber der Auftrieb ist noch zu gering. Oh Gott. Guck mal, ich probier jetzt hier nochmal. Boah, wir haben hier komplett Wasser drin, oder? Wir haben komplett Wasser drin. Hier, geh an die Pumpe. An die Pumpe. Ah, hier sind ja alle tot. Er ist auch tot, ne? Oh Gott. Komm, verarze ihn hier. Verarzen. Was ist denn los mit euch? Wir kriegen das Wasser nicht raus, ne? Alles unter Wasser, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist die Pumpe jetzt an. Die sind hier alle... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo haben wir denn hier... Hier haben wir irgendwo noch einen Wassereinbruch, ne? Torpedo, Torpedo. Wo ist hier der Wassereinbruch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Loch am Steuerbord. Ach, wir gehen runter. Schade. Ein Seemann ist gestorben. La, schade. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wir sind zu voll gelaufen. Ja, da können wir nichts mehr machen. Gut. Ja, dann mach ich an der Stelle mal einen Break. Leider ist die Mission fehlgeschlagen. Alles so wie in diesem ollen Schnellboot. Ist ja unglaublich. Aber da kannst du auch keinen Torpedo machen, ne? Da musst du echt an das Geschütz ran. Wir hätten aufsteigen müssen und dann an das fette Geschütz ran. Schade. Haben wir leider nicht geschafft. Aber vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Nrotto Feng. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017